Herzlich willkommen zu Börse in 100 Sekunden in der zweiten Adventwoche. Ja, das mit der Jahresendrallye, Manni, das war wohl nichts gewesen. Haben wir einen Jahresendcrash? Ja, mir gefällt schon mal die Wortwahl nicht. Jedes Mal, wenn wir einen freundlichen Tag haben, dann heißt es, wir haben eine Jahresendrallye. Jetzt haben wir zugegebenermaßen fünf schwache Tage gehabt. Jetzt haben wir einen Jahresendcrash. Wir haben weder eine Rallye, wir haben noch einen Crash. Wir haben einfach seit Juni einen Bärenmarkt im Aktienmarkt, wo eben die Probleme auf einem besseren Nährboden fallen als die guten Nachrichten, die eigentlich relativ schnell abgearbeitet werden. Probleme haben wir genügend. Fangen wir mit dem Brexit an. Ein absolutes Chaos. Schön langsam muss man am Verstand der Briten zweifeln oder vielleicht doch etwas zu viel Guinness. Dann haben wir in den USA mit China den Handelsstreit. Hier wird das rein interpretiert mit der Verhaftung von der Huawei-Chefin, dass es hier zu einer Verschärfung kommt. Stimmt eigentlich nicht. Den Fakt ist, 90 Tage Waffenstillstand und USA unterhält sich mit China über einen Fahrplan, wie es danach weitergeht und wie man danach weiter verhandelt. Probleme haben wir in Italien mit dem Haushalt und auch in Frankreich brennt die Hütte. Also alle, die jetzt hier negativ sind, haben genügend Zunder gekriegt, um den Markt eben abzubrennen. Ja, was würdest du zu raten? Soll man kaufen, soll man alles verkaufen, den Kopf in den Sand stecken und warten auf bessere Zeiten? Ja, ich würde mal sagen, weder noch. Wir hatten ja seit 2008, seit der Finanzkrise eher einen Markt, der nach oben ging bis zum Januar 2018. Und die Leute, die langfristig investiert haben und vielleicht mit einer Stop-Strategie gearbeitet haben, sind sicher mit einem blauen Auge rausgekommen, wenn nicht sogar mit Gewinnen. Man muss sich jetzt einfach überlegen, was mache ich im Jahr 2019? Meiner Meinung nach, angesichts der Angst, dass das Wachstum, das Weltwachstum eher zurückgeht oder langsamer wächst, werden die Zinsen niedrig bleiben. Das heißt, an Aktien wird also auch im Jahr 2019 nichts vorbeiführen. Und vielleicht ist eine gute Strategie, wo man auch mit wenig Geld den Markt streuen kann, zum Beispiel ETFs. Was ist in der Woche sonst noch los? Ist schon eher ruhiger? Ist schon der Weihnachtsfriede in Sicht oder liegt noch irgendwie was Besonderes an? Ja, es wird schon langsam ruhiger. Wir haben drei Schwergewichte, die Zahlen bringen. Das eine ist Cisco, Metro und TUI. Wir hoffen natürlich nicht, dass es hier zu exorbitanten Gewinnwarnungen kommt, die den Markt dann nochmal negativ beeinflussen können. Aber ansonsten ist eigentlich, schwebt der Brexit über allen, was passiert da in Großbritannien. Dann könnte man vielleicht noch ein bisschen was zu den Handelstagen sagen. Am 24. Dezember, am Heiligen Abend, wird ja nicht gehandelt. Das ist richtig. Am 24.12. wird nicht gehandelt. Es ist Settlement Day. Das heißt, die Kunden können Orders aufgeben, können Orders ändern, können Orders löschen bis 15 Uhr. Genauso am 31.12. an Silvester. Der letzte Handelstag in diesem Jahr wird der 28.12. sein. Und hier wird bis 14 Uhr an der Börse München gehandelt. Und dann ist das Jahr Gott sei Dank zu Ende. Ja, wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit noch. Hoffentlich können Sie am Advent ein bisschen genießen. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin alles Gute.